Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Never. Ich musste mal wieder was Tolles herausfinden. Ich habe aufgenommen, gerade eben eine Folge. Ich habe gerade eben eine Folge aufgenommen. Dabei habe ich gemerkt, dass dieses Aufnahmesymbol lila war und nicht rot. Ich dachte, vielleicht ist das irgendeine Veränderung in Fraps, die keinen großen Schaden verursacht. Ja, ähm, Fazit, Fraps hat nicht aufgenommen. Ja, das ist richtig geil. Bei sowas freut man sich megamäßig. Ja, was haben wir gemacht? Wir sind vom Museum, im Museum haben wir bei Order of the Dull oder so hieß es, ja? Äh, haben wir ein Päckchen abgegeben. Äh, das war eben, auf einmal war Vlads Päckchen weg und wir hatten das gehabt, damit die Quest halt weitergeht, was ich mega gut finde. Äh, weil dieses, fuck, dieses fucking Päckchen von Vlads, das konnte man nicht abgeben. Ähm, ja, sind halt hier einfach rüber gelaufen. Einfach. Wir hatten einen mega harten Nervenkitzel, weil da so ein dickes Viech war. Und ein Fliegefiech war auch noch da. Äh, dann haben wir, dann, auf einmal waren wir da Level 7. Ich weiß nicht, wieso, ich bin einmal rumgelaufen, zack, auf einmal Level 7. Wir haben unser Geld durch, äh, nochmal Delivery in dem, ja, in dem Outpost hier verdoppelt. Wir haben auch Geld gefunden und, äh, ein wenig Zeug haben wir auch hier gefunden. Ähm, ja. Das Blöde ist, das ganze Zeug, das wir hier haben, bringt uns nichts. Das ist halt, echt so. Diese Pistole bringt uns gerade auch nichts. Equip, hier ist schon der Equip, Unload. Was soll mal in der Inventar rein? Naja, okay. Naja, passiert nix. Ähm, so, unsere Mission ist es, äh, genau, unsere Mission ist eigentlich was. Das wüsste ich ja gerade selber mal gerne. Ähm. Wir müssen zum Blue Trader in Museum Trading Outpost. Also dahin, wo wir, von da, wo wir gerade kamen. Ich muss jetzt schon, äh, au, da ist noch ein Päckchen. Können wir nicht mitgeben, glaube ich. Ähm, ich muss jetzt schon mal im Voraus sagen, ich hoffe, sowas von, dass dieses Viech, dieses dicke Viech, das vorher da war, jetzt nicht mehr da ist, sonst haben wir echt Probleme. Hm, kann man da nicht durch oder was? Muss ich echt da hochklettern. Mit hochklettern meine ich einfach hochlaufen. Ja, wir sind natürlich so richtig geiles Survival Pro. Steigen da einfach drüber, ne? Wir springen da einfach rüber, ja, no problem. War noch nie ein Problem für uns hier. So. Ah, hier sind wir auch nochmal durchgegangen. Äh, hier war halt einfach nix. Ist hier unten. Ja. Oh. 45 ACP. War das das hier? Waren 50. 50 K. Das bringt uns nix. Schade. Das will ich jetzt aber aufnehmen. Komm, komm, wir machen mal. Hier, einmal wegwerfen. Bromax aufnehmen. Fressen wir gleich mal in uns rein. Ernsthaft? Und ich kann das Päckchen jetzt nicht mehr mitnehmen? Ach komm. Das hier sind 20, 20 LBS sind das. Zwei. Boah, das ist jetzt richtig geil. Komm, diese Flashlight, die können wir nix anfangen. Cangun. Ach, die hat Money. Bullet here, hammergeil. Hold E to pick up Flashlight. Nee. Ähm. Unsere Water Bottle. Ähm. Das ist krass, ey. Wir haben irgendwie voll keinen Platz. Wie viel müssten wir denn frei machen? 5,2. 5,2 nur. 4,2. Wo ich die Waffe schon ziemlich nice fand. Die werde ich nicht wegwerfen. Das ist die Gorge Munition für die Waffe. Hunter Rips. Never Claw. Never Bone. Komm, never... Na, die brauchen wir vielleicht dann noch. Ich will nix mehr für das, aber ich will das Päckchen auch mitnehmen. Boah, das ist voll der innere Konflikt, ey. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Boah, komm. Gut. Schade, schade, schade. Und dann droppen wir noch einen von... Einen von denen. Dann nehmen wir das Päckchen mit. Und... Nehmen noch... Vom Crawler was mit. Können wir nicht. Ja, gut. Okay. Dann nehmen wir halt nix vom Crawler mit. Gut. Wir haben jetzt wieder eine Waffe. Von der ich keine Ahnung habe, wie die schießt. Und... Äh... Auch, ob sie schießt. Gut. Hier ist safe. Achso, als kleine Info. Ich laufe jetzt extra mal hier lang, um euch den einen Fliege... Um den einen Fliege... Ah, um euch das eine Fliegefliege zu zeigen. Never... Never fickt einen auch richtig. Da hinten ist ein kleiner... Er läuft ein kleiner rum. Okay. Devices sind kaputt gegangen. In welcher? Das ist ein Scherz. Genau. Die Safe Zone, in die ich hin muss. Ja, toll. Können wir da gar nix mehr anfangen. Da laufen jetzt alle Viecher hin, ne? Und ich muss da... Ich muss da n'n Päckchen abgeben. Gut, Leute. Dann haben wir unseren nächsten Nervenkitzel gefunden. Wir werden jetzt... In das Museum hier reingehen. Äh, in diesen Museum, äh... Außenposten. Eindringen. Wir werden unser Päckchen abgeben und so schnell wie möglich wieder uns verpissen. Oh, oh, oh. Nice. Auf der anderen Seite. Ja, geil. Ja, geil. Alter, hab ich mich erschreckt. Alter, da lädt der halt erstmal nach oben. Das ist ein Einschuss, was... Was für ein Wichser. Heb auf. Too heavy. Ja, gut, dann nicht. Ah, interessant. So, und hier hinten müsste Loot liegen. Ja, ich weiß, wir haben grad kein... Wir haben grad keinen Platz. Geld. Geld lag da. Wir schleichen uns ganz langsam hier. Von hinten an. Laufen. Der hat mehr Leben. Den haben wir weggeballert, ey. Ziemlich gut. Nachladen. Das läuft ja schon mal. Gut, dann hier. Character. Ähm. Eindeutig Survival. Denn... Ja, auf jeden Fall Survival, denn... Das macht einfach, dass wir hier... Boah, ich will das Scheiß mitnehmen, hä. Da, Trader in Museum. Trader in Museum. Das ist halt echt was mega riskantes. Ich hab viel Stuff dabei. Ich kann gut austeilen. Und hier sind, äh, mehr als zu viele Viecher. Bitte nicht hier reingelaufen. Ja. Gut, nicht drinne. Okay. So, wir sind gleich, ähm... Museums-Output. Oh mein Gott. Dieses Fliegeviech meine ich. Wir gehen jetzt mal kurz hier so. Alter, ich denke, jedes Mal, der fliegt im nächsten Moment einfach zack, schnuschtracks auf mich zu. Ich hab noch nie gegen ihn gekämpft, aber ich hab's auch erst vor, wenn ich irgendeine Waffe hab, die richtig geil reinhaut. Wir sneaken jetzt einfach rüber, weil wir nicht, einfach überhaupt nicht wollen, dass uns jemand sieht. Das wäre nämlich mega fatal. Und sieht keiner. Wir sind so unsichtbar. Denn wir sneaken. Hat wohl doch nicht geklappt. Dann machen wir das so. Aua. Ja, fuck, da ist der Große. Wir müssen uns einen mehr oder weniger ruhigen Spot... Äh... Da. Ja, gut, weißt du, wenn die getroffen werden, einmal... Aua. So. Jetzt. Stille. Und searchen. Gut. Crowbar. Genau. Leck mich fett. Ihr seht, die Waffe ist mega nice. Also... Den einen haben hier, glaube ich, get two-hitted. Den anderen get free-hitted. Und das finde ich schon ziemlich in Ordnung dafür, dass sie einfach so irgendwie trifft, kein... kein Ziel-dings hat oder so. Sondern einfach... Pam. Eine in der Fresse gibt. Und ich finde, ich finde, sie sieht lustig aus. Na, Bullets hier, alles klar. Läuft. Brauchst nicht irgendwie irgendwas Spezielles, ne, die einfach Bullets hier rein, fällig. Ich weiß auch immer noch nicht, was diese... Der hat mich jetzt nicht gesehen, oder? Alter. Alter. Ich bin so ein Killer, ey. Ich hab mich erschreckt, um genau zu sein, ne? Wir müssen zum blauen Trading Outpost. Und dass der hier einfach so gespawnt ist, ist keine gute... Wir müssen hier ein wenig, äh... an uns denken. Ne, kann ich nicht. Ah, trinken da. Trinken. Da seht ihr, unser Leben regeneriert sich jetzt viel, viel schneller. Lauf! Steh auf! Dein Bruder getötet, verzieh dich lieber. Wo? Von wo? Oh! Alter. Oh. Ich muss mal alles mitnehmen. Ich bin gerade so megamäßig im I have to survive mode. Ich habe hier nur Viecher um mich herum. Zwei von drei repaired. Irgendjemand macht das gerade. Das finde ich ziemlich nice. Alter. Und da wartet der da draußen. Okay Leute. Ich weiß nicht was ich machen soll. Ich habe keinen Bock da, den hier... Komm, wir nehmen erstmal unser Überlebens-Kit. Wenn wir nicht leben mehr hilft immer. Sicherheitshalber einfach. Ja, ich weiß nicht wo die sind und ich bin gerade wirklich nicht so in der Lage hier... Das war so klar. Das war so klar, dass der auf einmal hinter uns auftaucht. Das habe ich aber geahnt. Also pro Kill kriege ich hier gerade ein Level. Und dann denke ich mal, wir haben noch fünf Dinger zu verteilen. Okay, ne? Okay, ne? Extra health. Und was gibt noch? Da hinten steht einer. Ich glaube, wir machen das trotzdem mal blocken. Denn das ist glaube ich nicht gut. Äh, das ist ziemlich gut. So. Attrition, Strength. Gut, wir ballern das einfach mal da rein. Ah, wir haben jetzt mehr Leben. Das ist schon mal ziemlich geil. Und wir können abhören mit... Settings. Character. Warte mal, warte mal. Unlocks blocking. Unlocks blocking. To block, right click with a melee weapon out. Achso. Oh. Was ist denn sowas? Ziemlich realistisch. Na? Der hat uns nicht gesehen. Boah, wir hängen jetzt seit fünf Minuten oder sechs, sieben Minuten hier drinne. Und ich komm nicht weg. Komm schon. Der, der hier geilen Shit macht. Das ist ein Scherz. Das ist einfach nur ein Scherz. Das ist... Oh Mann. Das ist... Alter. Ich hab... Och nee. Ich hab nicht mal... Ich wurde nicht mal von... Ich hab nicht... Ah. Mann. Boah, Alter. Wir waren Level 19, ne? 16 oder 19. Boah. Scheiße, hey. Nimm lieber... wieder den... den Mitteldingster und die weiße Hose. Boah. Komm. Safe Zone. Hau rein. Ja. Boah. Wat'n Scheiße, hey. Oh. Der ganze Stuff ist weg. Ach, die Safe Zone ist hier auch in der Attack. Ja gut, Leute. Ich denk mal... Das geben wir uns nicht. Wir fliehen jetzt aber mal dumm weg, ne? Wann müssen wir hin? Wir gehen aber wieder zum Outpost hin und gucken, ob wir vielleicht da... Äh... Ob wir überhaupt wegrennen können vor den Viechern. Ich bezweifle es ja stark. Haha. Mal da lang. Umdrehen. Na, wo ist er? Ja, also langsam geht's auch mit diesem System, mit dem Kampfsystem. Na gut, komm, wir... Ne, wir lassen einfach mal alles mitgehen. Ähm... Schade um den... Schade um den Stuff. Äh... Also... Ja. Können wir leider nicht ändern. Ist halt einfach scheiße. Jetzt ist halt dieser hier auch noch an der Attack. Weg. Das heißt, wenn wir uns nicht beeilen, hier weg zu gehen, werden wir einfach... Zerfickt. Der sieht uns nicht. Ich bin auch scheißegal. Ich sehe vorher... Wannin Hopping bringt's hier volle Kanne, ey. Muss ich jetzt echt mal sagen. Wir rennen jetzt aber mal rüber. Ich glaube, diesen Weg habe ich schon mal gemacht, ne. Gib uns aber ne Waffe. Kaugummi. Da hab dich. Ja, eigentlich ist es so, ihr müsst nur aufpassen, dass ihr halt nicht direkt neben euch spawnen. Dann ballert er einfach drauf und dann kann er auf nichts. Zack, aufheben. Strength. Ich baller jetzt einfach mal direkt alles auf Strength rein. Dann haben wir nämlich direkt schon... Okay, diese Dinger kann man also immer irgendwie durchsuchen. Für noch mehr Kaugummi. Der Pfeil ist bei dem komischen Ding gewesen, glaube ich. Ja. Oh, lass was testen. Ich will wissen, wie viel der eine zieht. Komm, komm. Das bringen wir als Abschluss fürs Ende der Aufnahme noch. Ähm. Ja, leider das Ende der Aufnahme hier. Heute. Äh. Wir gehen zu dem Dicken. Und teilen dem erstmal richtig geil aus. Und die Neverdevice have failed. Ja. Okay, und? Ist mir das auch egal. Ich bin da nicht mehr drinne. Cash. Oh. Haben wir das Geld noch? Das wird mich jetzt mega interessieren. Ja, man. Du hältst dein Geld immer. Das ist gut. So, Junge. Jetzt wirst du den Fight erleben, den du... Den Fight deines Lebens, Alter. Ich mach dich so kalt, Alter. Ich mach dich so kalt, Alter. Bläh. Sollte mal verkaufen. Du hast uns noch nicht gesehen. Rammium. Unser Messer richtig geil in den Hintern rein. Angriff! 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 Okay, der... Der spawnt sich also auch weg. Na? Verstehe ich nicht, wo ist der jetzt hin? Okay. Hätte jetzt wenig gemacht. Also das war jetzt unspektakulär. Das war ganz spektakulär. Machen wir es bei dem hier genauso. Und auch dich hier. Na? Weg! Einfach weg! Merkwürdig. Und der wird immer noch angegriffen. Ich weiß nicht, ob man die Devices repairen muss, indem man einfach Leute tötet. Äh, Viecher... Viecher... Oh! Oh! Sehr, sehr gut. Sehr, 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 sehr gut. Naja. Okay. Doch nicht sehr, 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 sehr gut. Das letzte Mal, als ich so ein Ding geöffnet habe, waren da zwei Waffen drinnen. Äh, ne, ein Waffenteil. Na, wunderbar. Kennt ihr das, wenn ihr an den Ort eures Todes zurückgeht? Ja, in real life meine ich. Ja, okay. Kenn ich auch nicht. So, dann checken wir mal, ob es überhaupt so eine Despawn-Rate gibt. Da chillt schon einer. Gut. Wir haben jetzt einen gesehen bis jetzt. Ich muss sagen, ich bin echt enttäuscht von den, von den Dicken, ne? Ich hätte gedacht, die, die macht, die ballern mehr. Ja. Ja, gut. Wir haben jetzt wenig Leben. Also, ich denke mal, wenn, äh, wenn da ja jetzt, wenn's zum Kampf kommt, wird der uns zerficken. Ich glaube, mein Zeug ist despawned. Schade. Keine anderen gerade. Hm. Sollen wir es wagen? Schauen gerade so auf Kriegszug aus, ne? Ich weiß nicht, ob es intelligent ist, mit einem Buttersniper einfach da hinzugehen. Ich würde sagen, wir machen das jetzt erstmal, wir machen das viel geiler. Aber wir versuchen jetzt erstmal, so richtig sneaky, sneaky mäßig, um das Ding reinzulaufen. Alter. Das ist ein Scherz, ey. Warum kommen da auf einmal so viele? Das verstehe ich nicht. Warum, warum kommen da auf einmal so viele her? Das verstehe ich echt nicht. Weißt du, uns hat keiner gesehen, äh, wirklich niemand hat uns gesehen. Was habt ihr, äh, ja. Niemand hat uns gesehen und dann, ja, geil, auf einmal zack, weg. Aha, wir kriegen Account Level. Plus 20 HP. Achso, wir kriegen dafür spezielle Sachen. Ja, wir kriegen auch Geld abgezogen. 33 Kill. Ja. Gut dann. Schade, dass wir hier so geendet haben. Und hier auch gleich wieder enden werden, wenn wir nicht hier gescheit spielen. Und deswegen sage ich einfach mal, bis zum nächsten Mal und tschüss. Tschüss. Tschüss.